Hallo Leute, Patrik ADX Gaming hier und herzlich willkommen zu meinem deutschen Tutorial über den Fallrückzieher bzw. Seidfallzieher. Ja, warum mache ich dieses Video auf Deutsch, wenn ich es doch gerade eben erst auf Englisch hochgeladen habe? Ja, ganz einfach, weil viele von euch immer fragen, ob ich meine Tutorials nicht mal auf Deutsch machen kann. Und da ich finde, dass dieses Tutorial sehr wichtig ist und viele Leute interessieren wird, habe ich mich dazu entschlossen. Ja, während ihr jetzt ein paar Beispiele seht, erkläre ich euch erstmal ein paar Grundlagen. Ja, was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Fallrückzieher und einem Seidfallzieher? Ganz einfach. Bei einem Fallrückzieher, da trefft ihr den Ball über eurem Kopf und bei einem Seidfallzieher neben eurem Körper. Ja, letztendlich funktionieren beide Schüsse gleich. Es kommt halt immer auf die Situation an, in der ihr seid. Also entweder ist der Ball über eurem Kopf oder neben eurem Körper. Ja, und wie das Ganze letztendlich funktioniert, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach einen hohen Ball zu eurem Spieler spielen. Und dann L2 beim Schießen halten, wenn ihr auf der PS3 spielt. Und wenn ihr auf der Xbox spielt, müsst ihr LT beim Schießen halten. Okay, da ihr jetzt wisst, wie es funktioniert, wollt ihr es wahrscheinlich auch ein bisschen trainieren. Dazu empfehle ich den Trainingsmodus, indem ihr in der Arena auf Select drückt und eure Optionen auswählt. Dann könnt ihr so wie ich hier rumlaufen und ein paar Flanken in den 16er schlagen und ein bisschen rumprobieren, um ein Gefühl zu bekommen. Ja, allgemein würde ich diesen Trainingsmodus immer empfehlen, im Gegensatz zu der normalen Arena, da ihr hier das Spielfeld aus der richtigen Kamera sehen könnt, so wie ihr es auch im richtigen Spiel seht. Also wenn ihr Tricks trainiert, würde ich das immer hier machen, da bekommt ihr direkt das richtige Gefühl für die richtige Situation. Ja, Leute, das war es auch eigentlich schon zu dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Und ich würde euch bitten, wenn ihr das Video positiv bewerten würdet und kommentieren würdet. Und besonders freuen würde ich mich über ein Abonnement, weil ich habe nur 10-15% deutschsprachige Abonnenten, was ziemlich schade ist, da ich auch aus Deutschland komme. Und ja, Voraussetzung für weitere deutsche Videos sind natürlich auch deutsche Abonnenten. Und es wäre wirklich schön, wenn ihr mich empfehlen würdet, bei euren Freunden oder dieses Video hier teilen würdet. Und ja, dann werdet ihr in Zukunft auch mehr deutsche Commentaries über FIFA oder andere Spiele sehen. Danke schon mal in Voraus und macht es gut, ne? Tschüss!